Servus Leute, ich begrüße euch heute aus dem Vimove Running Store im Miener Donauzentrum und ich habe einen der schnellsten, vielleicht sogar den schnellsten Racing Schuhe in der Hand im Moment. Ich habe jetzt den Meta Speed Sky schon mal da. Großes Dankeschön an Asics, dass sie ihn mir zukommen haben lassen und ja, ich werde ihn natürlich für euch testen, ist eines der meist erwartetsten Modelle wahrscheinlich im Racing Bereich zurzeit. Ich bin schon sehr gespannt, er schaut auf jeden Fall sehr geil aus, ich werde dann einmal reinschlüpfen, ich werde wieder ein bisschen testen für euch und ja, wenn ihr den ganzen auch ausprobieren wollt, ihr seht das beim Vimove Running Store im Wiener Donauzentrum und Wien Mitte gibt es ihn natürlich, also wenn ihr in Wien seid, gerne vorbeikommen und ausprobieren, weil ich glaube, so einen Schuh sollte man sich nicht entgehen lassen und ja, wie gesagt, ich gebe euch jetzt ein bisschen die Details weiter und das Wichtigste, ich werde den Schuh für euch testen und einmal sagen, was für mich so das Laufgefühl ist, ob er die Erwartungen erfüllen kann und ja, ob man aber neue Bestzeiten damit erwarten darf. Also ich wünsche euch schon mal viel Spaß, starten wir los! Ja, und das ist ja also das neue Topmodell von ASICS. Ich will euch jetzt nicht zu lange mit den technischen Details langweilen, es ist natürlich dann viel wichtiger, wie der Praxistest ausfällt, aber kurz vorweg, damit wir Bescheid wissen, einfach um was es sich handelt. Das ist jetzt, oder was ich immer teste, ist der Meterspeed Sky Plus. Es gibt auch wieder den Meterspeed Edge Plus in dem Fall, also von dem Schuh gibt es zwei Versionen. In den meisten Fällen werdet ihr wahrscheinlich den Sky Plus in die Hände bekommen oder an die Füße bekommen, besser gesagt. Ja, die sind ein bisschen anders aufgebaut, aber ja, für die meisten Leute wird es in der Praxis ganz ehrlich gesagt keinen Unterschied machen. Wie gesagt, in den meisten Fällen wird es eh der Sky Plus sein, den man findet. Ja, wir haben einen ausgewiesenen Racing Schuh, einen sehr schnellen. Das heißt, wir haben da auch die charakteristischen Punkte, die man bei so einem Schuh findet. ASICS hat das FF Blast Turbo in dem Fall. Das Material heißt ganz einfach so, ist so designt, wie das einfach bei den schnellen Schuh ist, dass man das Material da einfach hat, das sehr viel Energie zurückgibt, das auch sehr leicht ist. Das merkt man auch am Schuh. Der Schuh hat knapp über 200 Gramm nur. Wir haben die Sohle sehr ausgereizt, das heißt 39 Millimeter von den 40 Millimetern, die erlaubt sind und damit, man sieht es auch schon an der Form, der Schuh ist ja einfach sehr aggressiv gebaut. Ich bin dann schon gespannt, wie es sich beim Laufmann fühlt, aber man sieht, glaube ich, ganz einfach schon, dass er sehr vorfußlastig ist, weil es ja auch der Sinn von einem schnellen Schuh ist. Und ja, wie gesagt, fühlt sich sehr leicht an. Auch ansonsten Obermaterial und sonstiges minimal gehalten, wie es halt einfach für einen Racing und für einen Carbon Schuh ist. Stichwort Carbon. Natürlich ist eine Carbon Platte auch drin und das ist fast schon selbstverständlich mittlerweile. Und ja, von dem her, optisch finde ich ihn ganz schön mit der Farbe gelungen und ja, von dem her steht er schon einmal ganz gut da. Und bevor wir zum Praxistest weitergehen, habe ich mir gedacht, vielleicht ganz interessant, weil wir es da direkt im Vergleich auch haben, wir setzen es da eher stehen auf die Schuhe, ja, aber da im direkten Vergleich, das ist sozusagen eines der Vorgängermodelle, die bin ich sehr gerne, also das Vorgängermodell in dem Fall bin ich sehr gerne gelaufen, auch ganz gut 63 über den Halber, dann 28er Zeit über den 10er, also ist auf jeden Fall ein schneller Schuh. Und was mir irgendwie aufgefallen ist, finde ich, dass man sieht, am Vorfuß ist die Sohle noch ein bisschen ausgeprägter geworden, kommt mir vor, vielleicht ist das jetzt noch optisch so, aber man hat ein bisschen das Gefühl, dass hier sozusagen nochmal ein extra Keil drinnen ist, das heißt, hier ist es ein bisschen geradliniger, hier ist nochmal wirklich sehr massiv, der Vorfuß da unterstützt, der Fußball unterstützt und das soll, denke ich, einfach auch den Sinn haben, dass man viel Material hat, dass viel Energie zurückkommt und genau so soll der Schuh natürlich gelaufen werden, der wird Mittelfuß oder Vorfuß gelaufen und da soll natürlich so viel wie es geht vorwärts gehen, also von dem her ganz interessanter Aspekt vielleicht einfach da im Vergleich zu sehen, wie sich der aus meiner Sicht eine Spur entwickelt hat, weiterentwickelt hat, im Optimalfall natürlich im Vergleich zu Vorgängern. Preislich sind wir beim Asics Metaspeed Sky Plus bei 250 Euro, ist natürlich nicht wenig Geld, aber im Endeffekt, ja, in der Größenordnung, wo sich halt die ganzen Carbon Racing Schuhe mittlerweile abspielen und ja, was macht man nicht alles, um ein paar Sekunden schneller zu laufen. Das war's jetzt aber erst einmal mit der Papierform und ich glaube, was am wichtigsten ist, das ist der Praxistest, wie fühlt sich der Schuh in Wirklichkeit an und da habe ich wieder ein recht passendes Training gehabt an einer coolen Location, also schauen wir uns das Ganze an, viel Spaß! Ja, und ich habe mir gedacht, wo könnte man den vielleicht schnellsten Schuh besser testen, als auf der vielleicht schnellsten Strecke, die es auf der Welt gibt. Ich bin zwar am Nebenweg jetzt gerade, aber die Prater Hauptallee, ja, gibt Soge, war ja durchaus schnell unterwegs und von dem her habe ich die Location auch gewählt für ein Training, um noch gleich ein bisschen ein Gefühl für den Meterspeed Sky Plus zu bekommen. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen beim Auslaufen und ich habe mir gedacht, ich nutze auch da den Schuh noch. Das ist natürlich nicht das primäre Einsatzgebiet, also zum Auslaufen brauchst du den Schuh nicht anziehen, aber ja, wird die Trainingszeit nicht ausgeschaut. Ja, es waren zweimal sechs Kilometer, Trainingsplan hat gesagt, in 13 pro Kilometer, also durchaus, ja, sag ich mal, leicht fortgeschrittenes Tempo auf jeden Fall. Gute Möglichkeit, um den Schuh zu testen, um wirklich ein Gefühl zu bekommen, wie er sich anfühlt, wenn man ein bisschen zügiger unterwegs ist. Ja, letztendlich das Training selber war in Zeiten von 1850 und 1847, also jeweils so im Bereich von 3.08 Schnitt, also ich habe die Vorgaben von 3.10 sehr gut erfüllen können und habe gleich eben auch ein sehr gutes Gefühl für den Schuh bekommen. Und wenn ich jetzt zu meinen Eindrücken komme, höre ich lieber auf kurz zu laufen, damit ich nicht erstens außer Atem komme und das Video selber auch nicht zu verwackelt wird. Also der ASICS Metaspeed Sky Plus ist natürlich, ja, ist letztendlich das, was man oder was ich zumindest mir vorher erwartet habe. Er ist ein super schneller Schuh, der auch extrem aggressiv einfach ausgerichtet ist. Das ist, glaube ich, keine Überraschung. Das heißt, du hast wieder diesen recht hohen Stand. Ich müsste jetzt im Detail nachschauen, aber ich nehme mal an, es sind die 40 mm Zwischensohle, die erlaubt sind, sind die ausgenutzt worden oder vielleicht sind es 38, 39, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Schuh merkt man einfach, dass er so hoch ist. Der Schuh im Vergleich jetzt, das, was ich euch gezeigt habe im Video, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man diese stärkere Sohle, diesen Keil, wie man das nennen will, vorne, dass man den schon merkt. Das heißt, du bist allgemein hoch beim Schuh, du stehst hoch drin, aber im speziellen vorne beim Fußballen. Das heißt, wenn du dort aufkommst, hast du das Gefühl, dass du ein sehr starkes Gefälle hast, dass du dort sehr viel rollen kannst, was natürlich eine super Sache ist und gewollt ist, wenn man im schnellen Tempobereich einfach unterwegs ist. Wie auch bei den Vorgängern ist das Material eher weich gehalten, was mir persönlich gut gefällt. Das ist eine individuelle Sache, aber ich mache eher dieses weiche, schwammige Gefühl, gerade bei längeren Läufen, wo ich es zum Beispiel beim Tempomachen für den Marathon gemerkt hat. Das ist einfach extrem angenehm, wenn man nicht so einen harten, direkten Schuh hat, sondern ein bisschen einen weicheren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese weicheren Schuhe vielleicht muskulär ein bisschen angenehmer sind, gerade bei Halbmarathon, Marathon und vielleicht sogar darüber hinaus. Von der Führung her ist es so, dass man durch das weiche Material ein bisschen so das Gefühl bekommt, zumindest beim ersten Probieren, habe ich das beim Vorgängermodell auch gehabt, dass man das Gefühl hat, okay, man steht ein bisschen unsicher drin, ein bisschen wackelig drin. Ja, das ist einfach diesem, ja, ein bisschen der schwammigen Sohle geschuldet, legt sich aber nach den ersten Schritten eigentlich schon recht schnell. Das heißt, man muss sich ein bisschen reinfinden, weil ganz einfach natürlich der Schuh ist viel extremer und viel offensiver ausgerichtet als jetzt dieser Alltagstrainingslaufschuh, den man wahrscheinlich für die meisten Kilometer in seinem Training dann anhat. Das heißt, was das jetzt zusammengefasst ist, aus meiner Sicht, einen schnelleren Schuh in dem Sinn wird man am Markt im Moment zumindest nicht finden. Das heißt, wenn man den A6 Meterspeed Sky hat, Plus hat, wird man nicht sagen können, da ist jetzt irgendein anderes Modell, was schneller ist. Was da wichtig ist, wie immer, das erwähne ich immer dazu, der Schuh muss euch passen, ihr müsst es dann probieren, ihr solltet einfach reinschlüpfen. Das heißt, wenn es geografisch für euch passt, da auch wieder gerne die Einladung, schaut vorbei bei einem von unseren Vimove Running Stores. Da könnt ihr einfach den Schuh ausprobieren, das ist extrem wichtig bei sowas. In dem Fall, die Mitarbeiter kennen es ja auch, er macht seine Videoanalyse und dann seht ihr das Ganze, wie das für euch passt. Und es ist halt so, es ist ein sehr spezieller Schuh und alle Füße sind anders. Das heißt, es kann vorkommen, dass einfach einer breiter Füße hat, schmale Füße und es passt einfach nicht von dem her. Wie immer, ganz wichtiger Hinweis, vielleicht seid ihr jetzt eh schon satt gehört, aber ausprobieren, reinschlüpfen und dann seht ihr, ob euch der Schuh passt oder ob euch nicht passt. Aber wie gesagt, wenn er sitzt, dann ist er so schnell und das muss man natürlich, wie immer auch ehrlich dazu sagen, das ist kein Schuh, wo man jetzt herumjoggt, das ist kein Schuh. Das sage ich ehrlich, wenn du sagst, okay, ich will jetzt meine 45, 50 Minuten über die 10 Kilometer laufen, wird nicht notwendig sein, so einen Schuh anzuziehen. Aber das ist ja am Markt allgemein so, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade bei ASIC schon sind, dass man sagt, es gibt da ein paar Vorstufen zu diesem wirklich Top-Modell. Es gibt einen Magic Speed, es gibt einen Nussertrie, es gibt einen Novablast und Co. Also man hat ja mittlerweile eh die Möglichkeiten, dass man nicht immer gleich aufs Top-Modell gehen muss, sondern so ein paar Vorstufen hat, die manchmal sogar eine Platte schon drin haben, die aus Kunststoff ist oder sonstiges. Also wir haben da wirklich ein Top-Modell. Wie gesagt, aus meiner Sicht wird es keinen schnelleren Schuh geben und von dem her, wenn euch der Schuh passt, wenn ihr das Selbstvertrauen habt und das Gefühl habt, dass ihr sagt, okay, ich bin schnell unterwegs und ich will einfach diese letzten Prozent, kann man wahrscheinlich nicht sagen, diese letzten Promille einfach noch herausholen von meiner Leistung, so wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist, dann habt ihr mit dem Meter Speed Sky Plus auf jeden Fall eine sehr gute Wahl getroffen. Also ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn, also das klingt jetzt blöd, aber wenn sozusagen die Bahnsaison wieder ein bisschen vorüber ist und ich dann den Meter Speed Sky Plus wirklich bei diversen schnellen, sehr schnellen Straßenträgings und dann vor allem auch bei den Straßen Wettkämpfen einsetzen kann, weil natürlich 100 Prozent das Feeling kriegt man erst beim Wettkampf, aber natürlich merkt man schon im Training dann, okay, das ist ein richtig schneller Schuh. Und ich glaube, das sind auch ganz gute Abschiedsworte. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Einblick geben können, wie der, ja, der neue Superschuh von ASICS einfach aufgebaut ist, wie er sich anfühlt beim Rennen. Wie gesagt, die letzte Entscheidung und das individuelle Gefühl, das könnt ihr eh noch ihr treffen, aber ja, ich will euch einfach ein bisschen weiterhelfen, dass ihr einschätzen könnt. Wo ihr mit diesen Schuhen oder mit den Schuhen allgemein, die ihr auf meinem Kanal findet, einfach positioniert seid. Also, wenn ich euch helfen habe können, wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte auf jeden Fall ein Like da lassen und ja, dann ist es auch das schon wieder für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch ein gutes Training und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye! Ciao! Vielen Dank.